Ich bin Matthias Krohner, Countrymanager von RUKA Motorsport für Deutschland und Österreich und möchte Ihnen aus der neuen Kollektion 2014 das Modell Air Rider vorstellen. Mit der Jacke Air Rider haben wir eine typische Sommerjacke erstmals in unserem Programm. Das heißt, das ist die einzige Jacke der Firma RUKA, die keine Goratex Innenjacke hat. Dadurch ist der Vorteil gegeben, dass der Radwind ständig hindurch weht und man im Sommer bei besonders warmen Temperaturen nicht schwitzen muss und trotzdem komfortabel und sicher, weil das Cordura Obermaterial ist, unterwegs ist.